ja willkommen zurück liebe leute zu meinem video der serie with nico mein name ist nico jurenek und mit dieser vlog doku nehme ich euch schritt für schritt auf dem weg zu einem zukünftigen online business mit wo ich mit studenten zusammenarbeitet mit denen neben ihrem studium ihre eigene online selbstständigkeit aufbauen wollen ja freut mich wieder dass ihr dabei seid updates zum donnerstag heute war ein sehr wieder langer tag den ich auch wieder sehr vermehrt auf der uni verbracht habe weil noch prüfungen anstellen also wie es auch gestern schon erwähnt hat der fokus jetzt liegt eindeutig aus den prüfungen und beim blog muss ich jetzt leider ein bisschen zurückschalten aber ist halt so in der nächsten wochen wird es wieder umgekehrt sein ja habe dementsprechend viel gelernt am abend hatten wir dann noch eine kleine schulung weil ich dann am wochenende bei der wahl aushelfen muss ja hat so gesehen beim blog jetzt nicht weitergebracht das das highlight des tages so gesehen war ein skype call am abend wo ich auch über den kollegen eines kollegen dazu gekommen bin wieder und wieder so erfahrungsaustausch betrieben habe und so angehört habe ja was was er für projekt was mache ich und wir auch wieder darauf gekommen sind ja dass wir da extrem viele gemeinsamkeiten haben und super unterstützen können diese sachen und ja wie ihr wisst bin ich ein riesiger fan von diesen skype gesprächen oder allgemein persönlichen kennenlernen wir sind jetzt halt leichter diese zielgruppe zu finden mit gemeinsamen interessen und einfach da zusammen und sich zu helfen über die probleme die wir alle haben zu reden weil es doch immer die gleichen sind input von anderer seite zu sehen und halt wertvolles feedback zu bekommen und in der zukunft vielleicht auch wirklich zusammenzuarbeiten ja das war mein highlight von mir heute und ich freue mich schon auf den morgen jeden tag kommentiert wieder was dazu wenn euch was eingefallen ist ob ihr auch vielleicht solche skype gespräche vermehrt macht und sonst empfehlt mir einen kanal weiter und wir sehen uns morgen macht es gut bis dann